Gefangen im Sandohrmeer, mitten im Ozean, es hieß, dass jeder, der dieses Meer betrat, in der Zeit verloren ging, von der niemand wusste, wie sie dort verstrichen. Liliana, eine junge und unerschrockene Kapitänin, war fasziniert von den Geschichten über das Sandohrmeer. Sie träumte davon, seine Geheimnisse zu entdecken und die Rätsel, die es verbarg, zu entschlüsseln. Mit einer handverlesenen Crew und ihrem treuen Schiff, Aurora, machte sie sich auf den Weg dorthin. Als sie das Meer erreichten, waren sie von seiner Schönheit verzaubert. Das Wasser glitzerte wie tausende Diamanten unter der Sonne und der Horizont schien unendlich. Doch bald bemerkten sie etwas Ungewöhnliches, um das Schiff herum formten die Wellen riesige Sandohren, die sich langsam drehten. Die Tage verstrichen, und die Crew fühlte, wie die Zeit um sie herum spielte. Stunden fühlten sich an wie Tage, und Tage wie Minuten. Essen und Trinken schienen nie zu enden, und der Himmel wechselte ständig seine Farben. Inmitten dieser Verwirrung entdeckte Liliana eine kleine Insel auf ihrer Karte, die zuvor nicht dort gewesen war. Mit neuer Hoffnung steuerte sie die Aurora, dorthin. Auf der Insel stand ein alter Tempel, der von der Zeit und den Elementen gezeichnet war. Im Inneren des Tempels fand Liliana eine riesige Sanduhr, größer als alles, was sie je gesehen hatte. Neben der Sanduhr stand eine Figur, halb Mensch, halb Uhrwerk. Es war der Wächter der Zeit. Du bist hier, um aus dem Sanduhrmeer zu entkommen, sagte der Wächter mit einer tiefen, resonierenden Stimme. Liliana nickte. Ja, ich möchte zurück in meine Zeit. Um zu entkommen, musst du die Sanduhr umdrehen. Aber sei gewarnt, denn du kannst es nur einmal tun. Wenn du versagst, wirst du für immer hier gefangen sein. Mit Entschlossenheit und einem klaren Ziel vor Augen drehte Liliana die riesige Sanduhr um. Das Meer um sie herum begann zu toben, und die Zeit schien sich zu normalisieren. Als der letzte Sandkorn durch die Sanduhr gefallen war, fand sich die Aurora am Rand des Sanduhrmeeres wieder, sicher und unversehrt. Mit Erleichterung und Dankbarkeit im Herzen kehrte Liliana mit ihrer Crew nach Hause zurück. Sie hatte die Geheimnisse des Sanduhrmeeres entdeckt und war der Zeit selbst entkommen. Doch die Erinnerungen an diese Reise und die Lektionen, die sie über die Bedeutung und den Wert der Zeit gelernt hatte, würden sie für immer begleiten. Der letzte Atem des Herbstes Es war dieser besondere Moment im Jahr, in dem die Blätter sich in feurigen Rot- und Goldtönen färbten und der kühle Wind den Duft von nassem Laub und Erde mit sich brachte. Die Tage wurden kürzer, und die Nächte begannen, ihre eisige Umarmung über das Land zu legen. In einem kleinen Dorf am Rande eines dichten Waldes lebte Elena, eine junge Frau mit einer besonderen Verbindung zur Natur. Sie konnte die Veränderung in jeder Jahreszeit nicht nur sehen und fühlen, sondern auch hören. Ja, sie behauptete, dass jeder Jahreszeit ihre eigene Melodie innewohnte. Als der Herbst näher rückte, begann Elena, eine Melodie zu hören, die sie noch nie zuvor wahrgenommen hatte. Es war ein sanftes, melancholisches Lied, das den Abschied und den bevorstehenden Winter ankündigte. Es war der letzte Atem des Herbstes. Eines Tages, während sie durch den Wald spazierte, führte sie diese Melodie zu einer Lichtung, in deren Mitte ein alter, knorriger Baum stand. Dieser Baum war anders als alle anderen Bäume im Wald. Seine Blätter waren tiefschwarz, und sie schimmerten im schwachen Herbstlicht. Elena fühlte sich magisch von dem Baum angezogen. Als sie näher kam, bemerkte sie, dass in der Rinde des Baumes alte Symbole eingeritzt waren. Während sie die Symbole betrachtete, hörte sie eine Stimme, die aus dem Inneren des Baumes zu kommen schien. Elena, flüsterte die Stimme, du hast die Melodie des Herbstes gehört und bist hierher gekommen. Dieser Baum ist der Hüter der Jahreszeiten, und er bewahrt die Erinnerungen und Emotionen jedes vergangenen Jahres. Elena war fasziniert und wollte mehr erfahren. Warum sind die Blätter dieses Baumes schwarz, fragte sie. Die Stimme antwortete, dieser Baum nimmt die Traurigkeit und das Leid der Welt auf sich, um den Menschen Hoffnung und Trost zu bringen. Mit jedem Herbst atmet er das letzte Mal aus, bevor der Winter kommt, und verwandelt diese Gefühle in die tiefschwarzen Blätter. Elena fühlte eine tiefe Dankbarkeit für diesen Baum und die Opfer, die er für die Welt brachte. Sie beschloss, jeden Herbst an diesen Ort zurückzukehren, um dem Baum Gesellschaft zu leisten und ihm zu danken. Die Jahre vergingen, und jedes Mal, wenn der Herbst kam, kehrte Elena zur Lichtung zurück. Sie brachte Musikinstrumente mit und spielte die Melodie des Herbstes, um den Baum zu trösten. Eines Tages, als Elena alt und grau war, kehrte sie ein letztes Mal zur Lichtung zurück. Sie setzte sich unter den Baum, spielte die Melodie des Herbstes und atmete tief ein. Mit einem Lächeln auf ihren Lippen schloss sie die Augen und ließ ihren letzten Atemzug los, der sich mit dem letzten Atem des Herbstes vermischte. Von diesem Tag an erzählten die Menschen im Dorf die Geschichte von Elena und dem Baum und wie ihre Melodie für immer im Wind des Herbstes weiterleben würde. Von diesem Tag an erzählten die Menschen im Dorf die Geschichte von Elena und der Herbstes